Ey, yo, Leute, ey, kennt ihr das, Alter, wenn ihr so richtig krasse Versprecher habt, Alter? Ich hab mir neulich so nach langer Zeit auch mal wieder eine Schüte Tipps gegönnt, Alter. Hab ich mich übelst drauf gefreut und ist mir dann echt erst hinterher eingefallen, dass ich da voll den Versprecher drin hab, weil eigentlich heißt das ja nicht eine Schüte Tipps, sondern, ich weiß gar nicht, wie es heißt, aber ich glaub, ihr wisst, was ich meine, ne? Also, wenn auch ihr mal wieder richtig Hunger auf ne Schüte Tipps habt, knallt es euch rein, lasst es euch schmecken, bis denn und sonnigen Tag noch.